Schornsteine Schornsteine ragen einige in Pösneck in den Himmel. Doch seit Donnerstagnachmittag ist es einer weniger. Sein Verschwinden sollte dabei einen gewissen Schauwert bieten, der dann viele Neugierige anzog. Wir sprengen heute diesen 48 Meter hohen Mauerwerk Schornstein der ehemaligen alten Molkerei. Und die Besonderheit bei diesem Schornstein ist, dass wir uns relativ stadtnah befinden. Dass eine ganze Reihe von Bürgern ihre Wohnung verlassen müssen, dass wir Straßen sperren müssen. Und dass natürlich auch ein großes Interesse unter der Bevölkerung ist, man sieht es. Und deshalb sind die Sicherungsmaßnahmen, dass niemand in den Gefährdungsbereich hinein kann, um sich selbst zu gefährden, das sind natürlich enorm die Aufwendungen. Abstimmen musste sich das Sprengteam auch mit der Deutschen Bahn, denn auf den Gleisen nebenan durfte ja während der Sprengung auch kein Zug unterwegs sein. Pünktlich um drei Viertel vier konnte Sprengmeister Günter Franke dann die Zündung einleiten. Mit nur sechs Kilogramm Sprengstoff verteilt auf 40 Bohrlöcher brachte man den Schornstein zu Fall, der in nur gut acht Sekunden zusammensackte und erst nur eine Staubwolke hinterließ. Nachdem sich der Staub kurze Zeit später verzogen hatte, war anstelle des Schornsteins nur noch ein riesiger Schuttberg zu sehen. Die Sprengexperten waren zufrieden mit ihrer Arbeit und auch für die Stadt Pösneck ist das Ganze eine gute Sache. Das ist die letzte große Industriebache in unserer Stadt auf 6000 Quadratmetern und es ist vorher schon manuell abgerissen worden und dieser Schornstein wurde gesprengt. Es entstehen soll auf dieser Fläche eine Grünfläche und Parkflächen, die wir dringend für die Innenstadt zur Entlastung brauchen. Bis die Reste der alten Molkerei verschwunden sind und das Areal neu genutzt werden kann, wird es aber wohl noch etwas dauern. OPGEN 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 REMEMOSEN Vielen Dank.